Darf man spenden mit der Absicht mehr zu bekommen? Sowas sollte man, wenn überhaupt, als, sagen wir mal, als zweite Absicht machen. Also einerseits für die Belohnung und andererseits, dass Allah SWT einem mehr gibt. Aber nicht, dass man sagt, ich will die Belohnung nicht, sondern ich will einfach nur mehr Geld in Dunya bekommen sozusagen oder mehr Versorgung.